Daniel Veyat, Czeslawowicz, K. Veyat, auch Daniel Kviert ist ein russischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2013 die GP3-Serie. Seit 2014 tritt er in der Formel 1 an. 2016 startet er für die Skuderia Toro Rosso. Karriere Wie die meisten Automobilrennfahrer begann K. Veyat seine Karriere im Kartsport, indem er bis 2009 aktiv war. K. Veyat wurde unter anderem Dritter in der 4KF3 Europameisterschaft sowie Wiesemeister der 4KF3 Asien-Pazifik-Meisterschaft und der WSK KF3 International Series. 2010 wechselte K. Veyat in den Formelsport und wurde Mitglied im Förderprogramm von Red Bull. Er trat für Euro International in der europäischen Formel BMW an. Mit einem zweiten Platz als bestes Resultat beendete er die Saison auf dem 10. Meisterschafts-Rank. Außerdem absolvierte er für Euro International 6 Gaststarts in der pazifischen Formel BMW. Bei zwei Rennen kam er als erster ins Ziel. Darüber hinaus debütierte er für K. Rannenbross. Motorsport im Formel Renault 2,0 Jurok ab, indem er zwei Gaststarts absolvierte. Anschließend nahm er für K. Rannenbross Motorsport an der Winterserie der britischen Formel Renault teil und schloss diese Meisterschaft auf dem vierten Platz ab. 2011 trat K. Veyat zunächst für Victory Motor Racing in der Toyota Racing Series der höchsten Monoposto-Serie in Neuseeland. Zu vier von fünf Veranstaltungen an. Er entschied ein Rennen für sich und schloss die Saison auf dem fünften Gesamtrang ab. Anschließend kehrte er nach Europa zu K. Rannenbross Motorsport zurück. Er trat für das Team sowohl im Formel Renault 2,0 Jurok ab, als auch in der nordeuropäischen Formel Renault an. Mit zwei Siegen belegte er im Formel Renault 2,0 Jurok ab den dritten Platz im Gesamtklassement. In der nordeuropäischen Formel Renault lag er mit sieben Siegen auf dem zweiten Meisterschaftsplatz. In beiden Serien lag er eine Position hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz Jr. Darüber hinaus nahm K. Veyat 2011 erneut an der Winterserie der britischen Formel Renault teil und verbesserte sich auf den dritten Rang. 2012 blieb K. Veyat bei K. Rannen Motorsport. Im Formel Renault 2,0 Jurok ab sieben Rennen für sich und war der Fahrer mit den meisten Siegen. In der Gesamtwertung unterlag er jedoch Storffel-Wanduern mit 234 zu 244 Punkten und wurde Zweiter. In der alpinen Formel Renault reichte es für K. Veyat 2012 zum Titelgewinn. Mit sieben Siegen und 217 Punkten setzte er sich gegen Norman Nato, der 214 Punkte erzielt hatte, durch. 2013 wechselte K. Veyat zu M. Veyat in die GP3-Serie. Nachdem ein dritter Platz sein bestes Ergebnis an den ersten fünf Rennenwochenenden war, gewann er bei den letzten drei Veranstaltungen das Hauptrennen. In Spa-Frenka-Champs erzielte er seinen ersten Sieg. Eine Veranstaltung später in Monza wiederholte er dieses Resultat. Mit einem Sieg beim folgenden Hauptrennen des Saisonfinales auf dem YAS Marina Siak wie sicherte sich K. Veyat vorzeitig den Titelgewinn in der GP3-Serie. Mit 168 zu 138 Punkten setzte er sich gegen Fakur Regalier durch. K. Veyat hatte in der Saison mehr Punkte erzielt als seine Teamkollegen Sainz J. R. und Robert Wieso I. U. zusammen. Darüber hinaus absolvierte K. Veyat 2013 für Carlin 21 Gaststarts in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft. Dabei kam er einmal auf dem ersten und dreimal auf dem zweiten Platz ins Ziel. Er wurde allerdings bei keinem Rennen gewertet, da er als Gaststarter antrat. Außerdem nahm K. Veyat 2013 an Formel-1-Testfahrten für die Scuderia Toro Rosso teil. 2014 erhielt K. Veyat bei der Scuderia Toro Rosso ein Formel-1-Cockpit und wählte die Raute 26 als seine permanente Formel-1-Startnummer. Bereits bei seinem ersten Rennen, dem großen Preis von Australien, erzielte er als neunter erstmals Punkte. Er wurde damit zum jüngsten Piloten der Formel-1-Weltmeisterschaft, der einen Punkt erzielt hatte. Bei seinem Heimrennen in Russland erreichte er mit dem fünften Platz seine beste Startposition. Im Rennen verlor er einige Positionen und wurde 14. Intern unterlag er Jean-Erik Vernier mit 8 zu 22 Punkten. Er beendete seine Debüt-Saison auf dem 15. Gesamtrang. Zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2015 wechselte K. Veyat als Nachfolger von Sebastian Vettel zu Red Bull Racing. Im nächsten Rennen, dem großen Preis von Malaysia, erzielte er mit einem neunten Platz die ersten Punkte für Red Bull. Beim großen Preis von Monaco wurde er vierter. In Ungarn erzielte er mit dem zweiten Platz seine erste Podestplatzierung. Er verbesserte sich auf den siebten Gesamtrang. Intern setzte er sich mit 95 zu 92 Punkten gegen Daniel Ricciardo durch. Auch für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2016 stand K. Veyat bei Red Bull unter Vertrag. Beim ersten Rennen startete er wegen technischer Probleme nicht. In China erzielte er mit dem dritten Platz eine Podestplatzierung. Beim darauf folgenden großen Preis von Russland fuhr K. Veyat in der ersten Runde zweimal auf Vettels Fahrzeug auf. Worauf dieser nach einem Aufprall in die Streckenbegrenzung ausschied. K. Veyat wurde von den Rennkommissaren mit einer 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe sowie drei Strafpunkten belegt und beendete das Rennen auf dem 15. Platz. Obwohl er zuvor wegen seiner Fahrweise nicht negativ aufgefallen war, wurde er nach dem Rennen von vielen Experten teilweise massiv kritisiert. Red Bull Motorsport-Berater Helmut Markow bezeichnete sein Verhalten als inakzeptabel. Red Bull entschied daraufhin, mit sofortiger Wirkung die Cockpits von K. Veyat und Max Verstappen zu tauschen. So dass K. Veyat zum großen Preis von Spanien zur Scuderia Torroso zurückkehrte. Nach dem fünften Rennen belegte er den neunten Gesamtrang. Statistik Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Formel-1-Weltmeisterschaft. Stand Großer Preis von Spanien 15 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22